Ja, weiter geh! So Leute, jetzt nix mit Schnitt, weil... Wishes und so. Skill. Oh man, ey. Ihr seid doch alles Schwänze im Spiel, ey. Das war der letzte Sprung im Level. Wir gehen hier in die Knache jetzt nochmal. Die Knache. Ein wilder Sabbeldorf. Chipsy! Wie war das nochmal? Sein Vater ist ein Schwanz. Dein Bruder ist ein Schwanz. Dein Chef ist ein Schwanz. Und du bist wahrscheinlich auch noch ein Schwanz. Ich weiß nicht mehr aus welchem Film dieses Zitat war. Boah, wie geht denn der Rotz hier? Ehrlich? Boom! Alter, den hast du aber gut gesetzt. Ja. Alter, die Tonlage. Ein einziges Tongelänge. Mozart wird sich im Grab umdrehen. Warum? Du brauchst es doch sowieso nicht mehr. Doch. Ja, du willst meinen Trick anpacken, damit du die scheiß Fasskacke nicht machen musst. Guckt ihn euch an, die Vorsicht hier geworden ist. Ja, ey! Wir haben hier Zeit und so. Probi jetzt nicht meinen Trick nachzumachen. Ich wollt grad sagen, was war das für ne Scheiße, ey. Der Emulator hat sich's anders überlegt. Den Sniper gesehen, ey. Ja, treff doch in jeder Lage, die nur nicht in der Lage wurde sollte. Lass mich das eben machen. Nein, das ist meins. Du verlierst wieder einen Affe. Ich verliere gar nichts. Außer die Geduld. Ja, beleidigt. Zumöge Gott meiner Seele beleidig sein. Beleidig sein. Oh, ich lege dich. Genedig. Jetzt lass mich mal stark überlegen, wie ging die Scheiße hier. Nein, du wech... Du musst wieder zurück wechseln, mein Freund. Ich glaub nicht, dass du Fettybumbum da hochkriegst. Wieso ein Fettybumbum an dem Knallkorb da vorbeinkommt? Der hält den fetten Arsch hin. So, warte. Oh, ja, ich wusste... Ich mach jetzt keinen Fehler. Jaaa! Du Fotze! Warte, warte! Nein! Du bist so... Das ging doch nicht mehr. Ah! Friss mich doch! Warte, ich bin nicht... Das geht nicht! Der kommt ja nicht hoch! War das sofort! Das Wasser springt! Ich dachte, die kann so hoch sliden! Wie könnte ich klicken? Mit Spikes! Sliden mit Spikes! Wie ist das? Oh Gott, ist das... Ja, wohin? Ja, mir hat das Läppel hier einfach noch liegen bei Händen. Oh Mann! Ja stimmt, du hast das mal nicht geschafft! Ja, was macht er denn? Hau dem Fisch ein mit dem Fass! Wie geht der Penis uns wenigstens immer auf den Sack? Der Penis geht uns nicht auf den Sack. Da kommt noch ein Fass, keine Panik. Glaube ich. Da ist nichts. Ne, wir sind zu fett. Nicht! Boah, Sammeldor, wir gehen den Trink. Wieso Sammeldor? Oder Freundendor. Renn den mal hinterher! Der Jank hat schon meine Freundinnen nicht mehr außen allein. Ne, 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 ne! Renn den mal hinterher! Nein, die Freundin, nicht irgendeine Freundin! Ja, ich auch! Aua, wenn er den Poji hört! Hä? Ja! Was hat denn der Poji jetzt damit zu tun? Haha, vergitt's denn, Alter! Es ist schon spät! Ja! Was machst denn du? Ich mach den Slacks! Ich tanz den Slacks! Hey! Du hast fast noch einen Zacken angezogen! Fress! Stirb da was! Aber von dem Leben her kriegen wir keinen Rückstoß! Können wir uns was drauf einbilden! Oh, ja, Mann, aber! Spring, um Gottes! Geh weg da! Geh weg da! Mann, geh weg! Du kannst auch nach oben schießen, ne? Bin ich aber nicht! Hab ich jetzt nicht so das Verlangen nachgehabt! Wenn du es hin kriegst, kriegst ne Tüte Eis von mir! Ne Tüte Eis? Ne Flasche Pommes? Hätt ich viel lieber! So in dem fettigen Bumbum! Ich weiß! Jetzt komm mal an der Wasserstelle an dem Fisch vorbei, ey! Bin mal gespannt hier! Haha, hallo mein Freund! Pass auf, die verarschen wir jetzt! Verarscht! Spring noch dazu! Ja, hoch mit! Weeeey! Weeeey! Wir wechseln lieber! Dann bin ich mir mit Dixi sicherer! Und mach nicht so sch... Scheiße! Kill die Käfer! Was? Guck! Das war mehr Verbrauch, ey! Stirb bloß nicht! Ja, geguckt dann! Jetzt müssen wir wieder zurück! Boah! Nee! Alter, war das passiert! Was eine Scheiße! Flash durch! Hup! 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 Ja, passt schon! Er ist so langsam! Der Fisch sein will unten! Hup! 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 Lowski! Hup! XBB! Ich hab' jetzt nicht geguckt! B. A. DxA. D. A ! DxA! DxA! in der freien Luft. Ich liebe die Spinnen, die ist cool. Die ist voll behindert. Die spuckt Kaugummi-Blasen, Bubblegums. Ich weiß nicht, wie sie dem dritten Teil die Gegner ein bisschen abstrakt gemacht haben. Ein bisschen? Ey, Keule, gib her. Die Musik. Wohin mit der Fasse? Wow, habelgums! Ja komm, jetzt mach. Ich wusste, dass das nicht scheiß. Ich wusste, dass das nicht scheiß. Jetzt hab ich die scheiße. Ey, du bist so ein Fettdünger. Oh mein Gott. Sieh halt drüber. Mann, du schaffst ja noch. Nimm mal ein bisschen... Alter! Pst! Alter! Gecheatet! Hey! 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 Stell dich in eine Ecke, du kannst dich in zwei Ecken immer verstecken. Ich wusste, es gibt einen Player-Eink. Ich füge deinen Controller und an deinem Kroglen und deinem Gezogen und deinem Frappse. Deinem Frappse. Die Frappse bleibt doch gleich, was hast du denn für ein Problem? Der Komiker ist im Arsch! Das ist mein Rechner. Nein. Mein krasser Playboy-Rechner. Was zum Teufel! Zu mir was sagen! Zu mir was sagen! Nein. Hier aber auch Augusta. Was? Oh, was für ein Scheiß! Der Kandidat kriegt 100 Punkte, das hat nicht schon vorher noch niemand hingekriegt, so was. Das ist ein Leidmann, der mir meine. Scheiße, da ist halt immer auch was drin, ey. Fast ist nicht tot! Aber das Fast ist tot. Ich bin ein Fisch. Wie an die feinste Wort mal. Gott, der ist so scheiße für dieses Spiel! Fick dich, Alter! Ich will erzählen euch, wie man bei der Spinne sterben kann. Ja, let's help. Wir nennen es eben um, ey, das ist ja peinlich. Let's fake help. So, her. Von und zu. Kannst du mal abhauen? Wieso uns den Arsch aufreißen, die Scheiße? Was ist an der Nase, Junge? Das wird ja beim Roboter noch richtig lustig, wa? Der Roboter ist easy. Der letzte Endgegner? Du Trotteltier. Der letzte Endgegner ist das alte Schinkenkrab. Ja, Crocodile Dundee ist das ja, ne? Crocodile Hunter. Spider-Man, Spider-Man. Lass mein Fass hinruhen. Du Idiot. Hey, tschau. Wie hier rumtanzen. Sind noch kleine Babbelgaben kümlich hier. Mach mal ein Zahn zu. Das hättet man vorhin ziemlich zügig. Aha. Wie ist es rumzappelt? Weg ist er. Zappel doch. Ein Pflaster. Pflasterchen. Kannst du auf die Stirn kleben. Hey. Nächstes Trend geschafft. In welchen Part jetzt? Fünften? Sechsten? Achtzix. Ja, Achtzix. Blunders Bude. Stickers. Mahlzeit. Ich beobachte dich schon seit einiger Zeit kommst. Ich heiße Blunder, aber du meinst. Blume. Blume. An den sieben Spielen, aber kannst du noch nicht einmal die verlorene Welt? Was? Macht er den Scheiß auch? Geil. Machen wir die verlorene Welt? Ja, müssen wir ja. Natürlich, wir let's helpen, dass wir nicht let's, let's ankratzen. Fahr zum Funky. Hey. Funko. Wat denn grovie? Was ist das denn? Fuck wie du? Ey, yo, man. Das sind die fetten Konkretungen. Eine Flicken abgefahren, genau die Suche. Ein Ficken, ey. Einmal Ficken, genau abgefahren, das Suche. Also kommst du, in ein paar Sekunden hast du das abgetreten, gefährd, dass die Welt je gesehen hat, motherfucker. Ich gehe weiter, doch. Hey, scheiß, das ist real, B-Boy. Arsch, bam, bam. Ausklächen. Ja, meine Fressen hier, was ist ein Mothcraft, Alter. Ein Mothcraft? Was ist ein Mothcraft? Was auch so ein Stück Pflaster gemacht hat, ne? Längs, längs, längs. Und die Buchten abklappern, bitte. Links egal. Das andere rechts. Ja. Da, 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 da. Bananenvogel. Darfst du mal. Ich darf alle mal. Was ist die Scheiß? Beam. Toys-A-A-S-Spielchen wieder. La-ola! Und zwar, der Vogel freut sich noch mit. Tschüss! Merk oder Chaos? Wir gehen hier zuerst hin, würde ich sagen. Das ist die schwierigere Variante, glaube ich. Ja. Machen wir hier die, die Firma. Wir haben. Die eine, die eine oder keine. Boah, die Mucki ist cool hier. Das ist doch ein Lern allgemein für Silvesters DeLonger, Mann. Sie expandable ist bei Donkey Kong. Bäm, 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 bäm. Slagsy ist wieder dran. Bäm, bäm, bäm. Weil Vicious verbämt. Wow! Hallo! Wow! 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 Das Sound verkackt mich nicht hier an der geilen Stelle. Das heißt, Marry the Man für die Tarte. Das ist nur... Fettibonbom ist ja da da. Die Plan musst du dich angucken, ne? Hallo? Guck mal auf die Uhr, wir haben nimmer viel. Wenn du jetzt keinen Scheiß brauchst, kannst du noch zwei Bonus-Tests in diesem Level über den Preis geben. Oh, der kommt runter, oder? Sau. Das ist einer der Selbstmordattentäter gewesen. Der, der wie diese Scheiß-Eule guckt mit seiner Brille. Oh, fuck. Mit ihrer Brille, seiner Brille. Wollte ich einmal schneller sein? Scheiß-Scheiße! Verdammt! Axt! Ja, Level nochmal neu machen. Meilen Spinne weg. Richtig. Nicht nur Spinne weg, sondern auch der Bumus weg darf. Geh klein ab, ey. SPRING DOCH! Beim nächsten Mal geht's weiter mit Schrei anfädeln und geistigen Ergüssen. Hrrrrrrr! Tschüss!